Oh Gott, es geht weiter. Obwohl, nein, eigentlich nicht so gut, aber okay. Ja, jetzt, oh, mein Gott, komm, spielen wir mal eben durch, ist ja kein Problem. Okay, noch eine Stunde. Noch eine Stunde. Das ist ja easy. Vielen Dank. Scheiße! Waren wir nicht alleine? Oh, ich hasse dich! Geh sterben! Okay, ich soll zuerst umso selten wie möglich in den Keller. Ja, das ist, glaube ich, auch, ja. Ich gehe trotzdem in den Keller. Aber ja, für die nächste Runde, oh Gott, ich kann, ich hänge! Ich hänge in der Wand fest! Wie mies ist das denn? Oh nein, ich hänge in der Wand fest! Ich hasse mein Leben! Warum? Scheiße! Ja. Da schreit gleich jemand. Ja, natürlich, warum denn nicht? Alle drückend hintereinander! Alle drückend hintereinander, bitte! Hä? Entschuldigung, aber das kann überhaupt gar nicht sein! Boah, das war, das war nicht richtig vom Spiel. Ich bin nämlich in einem anderen Raum gewesen. Ich bin, er war im Flur. Ich war in einem anderen Raum. Das ist echt scheiße jetzt gewesen. Boah, das ist für mich aber echt beleidigt. Boah! Oh Gott! Gott, du Arsch! Ich hasse dich so sehr! Ich kann nicht mehr mit... Ach, halt die Fresse! Entschuldigung! Dieser Chester ist so ein Scheiß-Kack-Scheiß! Ich hasse ihn! Er ist so dreckig! Ich hasse ihn so sehr! Echt! Ich sabre schon, weil ich ihn einfach so sehr vom ganzen Herzen hasse ich den! Wirklich! Ich wünschte, der würde so dreckig sterben! Ich wünschte, der würde leben! Der wäre gar keine Puppe und würde dann hier so dreckig sterben in dem Spiel! Boah! Ich hasse den so! Boah, hasse ich den! Boah! Entschuldigung! Kiki! Bist du selber schuld, du blöde Kuh! Entschuldigung, es tut mir wirklich leid! Du bist scheiße, Kiki! Selbst die Tür hasst dich! Alle hassen dich! Alle hassen... Dich! Oh, du... Ich halte das nicht mehr aus! Fünfte Minute! Sechs Minuten sind... Aber ich bin doch jetzt schon... Wie lange denn noch? Oh Gott! Oh, komm, warte! Okay, eine Sache! Okay! Also jetzt, okay! Jetzt soll ich gehen, ne? Jetzt soll ich gehen, ne? Okay! Warte! Oh Gott! Okay! Kein... Äh! Ja! Ja! Äh! Untertitelung des ZDF, 2020 Everything appeared untouched since last month When two bodies were found at the same residence A box of dolls matching the delivery man's description was recovered The police cannot determine if this is somehow connected to the mysterious deaths The pizza delivery man is now under psychiatric evaluation While the investigation continues Please stay tuned for the web Ja, jetzt muss ich mich gleich mal ausziehen Okay, äh Ja, vielen Dank, lieber Chat Wir haben Emily Wants2Play durchgespielt Naja, ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal Bye, bye Bye